Hehehe Oho König? Ich hab die Vector freigeschaltet Boah was hat man so nen Laufspeed mit dem Ding Ja, ist schon grausig Boah, die Vector, ist das asozial Hör auf mich wiederbeleben, ich will mal sterben Was sind 800 Punkte für Kills? Was sind das jetzt? War wohl nen wichtiger Boom braucht, Josh, ne? Dein, äh, VIP? Haha, er hat mich auch, Alter. Da sieht er, wenn er grad die Vector in die Pappen kriegt, das ist ja... Also, das ist nicht lustig, ich kann's euch sagen. Du spielst immer nur Vector, was hemmt die? Ich bin nicht gestorben seitdem. Hm. Ich werd auch so wieder, wiederbelebt. Lach mich mal verreck. Ah, jetzt von links und rechts. No! Die Gegner, an der irgendwann spawnen, wie ich kann, aber ich hör, ich hör'n, aber... Du saßt irgendwo da? Da, wo ich bin. Ich glaub' da unten im Untergrund. Beteiligt sind Spawn-Beacon, da unten haben sie einen Spawner. Ich kann nicht warten eine Sekunde. Ah ja gut, jetzt ist schwer. Jetzt willst du schon in gehen. Du willst schon in kommen. Ihhh! Ich hab' ja noch eine Granate hingeschmissen. Ich hab' ja noch eine Granate hingeschmissen. Ich hab' ja nicht viel gebraucht anscheinend. Also da ist niemand mehr. mit zehn, da ist niemand. Den nehmen sie gerade rüttet, oder? Oh, halt. ja ich kann wieder einen spawnen oder du holt die gleich ja ok der ist unklaut Der ist noch ein Kloch. Hjälp! Alle drei dödet, oder? Ich will endlich ein CV wieder. So it begins. You are the best. Thank you. Thank you. Vector. Where is the Mick now? 34,8. Okay, Vector. I think we can do it. 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 Okay. Vielen Dank.